Ja, moin moin liebe Motorradfreunde, hier sind Tanja Marks und Tima von Motorrad SE und wir grüßen euch zum dritten Teil unserer Videoserie Motorrad des Jahres 2023. Wir wählen ja mit euch gemeinsam die schönsten, tollsten Bikes aus neuen Kategorien. In diesem Teil geht es um die Kategorie Sportbikes. Das ist ein Insider, das ist egal. Im Sportmaschinen und ich lese mal vor, welche fünf zur Wahl stehen, als da wären die Aprilia RS 660, die BMW S1000RR, die Ducati Panigale V4R, die MV Agusta Super Veloce 800 und die Triumph Speed Triple 1200 RR. Ja, alles sehr schöne Bikes, wir haben schon abgestimmt. Und ich sehe hier auch schon, wer bei uns gewonnen hat, aber es geht ja nicht nur um uns, unsere Stimmen, also die von dem Motorrad Test Team zählen nur zu 50 Prozent, eure Stimmen zählen auch zu 50 Prozent. Also nehmt bitte teil an dieser Abstimmung. Guckt mal in der Videobeschreibung, da wird alles beschrieben. Das sage ich, das müssen wir jetzt leider jedes Mal kurz nochmal sagen, ist ein bisschen langweilig, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt erst einsteigt in diese Videoserie. Es gibt im Community-Bereich hier auf unserem YouTube-Kanal die Möglichkeit abzustimmen, macht das bitte. Und dann schickt bitte noch eine E-Mail an info-at-motorradtest.de, wenn ihr an unserem grandiosen Gewinnspiel teilnehmen wollt. Über 25 geile Gewinne und auch welche, was ihr gewinnen könnt, dazu gibt es auch einen Link, da haben wir nämlich ein extra Video gedreht. Also viel Spaß beim Abstimmen, macht alle mit bitte, lohnt sich, wir freuen uns und grüßen euch aus Glücksstattensagen. Tschüss, bis bald.